Also, meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns mit Tensoren und neuerdings wissen Sie auch, was das ist. Jedenfalls haben wir das letzte Mal begonnen, über Tensoren zu sprechen. Das war das Kapitel 8. Und da hatten wir definiert, was ein Tensor erster Stufe ist. Natürlich, wie schon mehrfach betont, nicht mit der mathematischen Genauigkeit, die in der Mathematik üblich ist, aber mit einer Genauigkeit, wie sie in vielen Fällen in der Physik ausreichend ist. Man betrachtet eine Größe, die durch Komponenten dargestellt werden kann. Typisches Beispiel, ein Vektor. Und falls also dann gilt, für diese Komponenten, ich wiederhole jetzt, was ich am Schluss der letzten Vorlesung aufgeschrieben habe, das haben Sie wahrscheinlich schon in Ihren Unterlagen, Wir betrachten also einen Tensor mit den Komponenten AI. Falls also gilt, für die Kovariantenkomponenten, dass sich die so transformieren, dass man da eine Transformationsmatrix, die ich mit A unten quer bezeichne, IJ betrachtet und das dann so mit einem AJ multipliziert, dann ist das die Transformation von den untransformierten Komponenten des Tensors zu den transformierten, mit Querstrich, Komponenten des Tensors, und zwar die Kovariantenkomponenten. Und falls also weiter gilt, dass die zugehörigen Kontravariantenkomponenten dieses Tensors erster Stufe sich so transformieren, dass man hier eine Transformationsmatrix A oben quer, IJ hat, A oben J, dann liegt ein Tensor erster Stufe vor. Die A unten I und A oben I sind seine Kovarianten beziehungsweise Kontravariantenkomponenten und die Matrix der A unten quer IJ und die Matrix der A oben quer IJ sind invers. Wohlgemerkt, jetzt habe ich das hier so in Klammern gesetzt, sodass vor Ihrem geistigen Auge hier die ganze Matrix steht. Daher ist auch egal, dass hier IJ und da wieder IJ steht, während da also IJ und JEI steht, da oben ist das wichtig, weil sich der Index auf diesen freien Index von dieser Komponente bezieht, der Index mit dem hier summiert wird, weil er gleich ist. Dagegen, wenn man hier die ganze Matrix betrachtet, wäre es vielleicht sogar didaktisch zweckmäßiger, das jetzt als A unten quer LM und A oben quer LM zu bezeichnen, um also jede Verwechslung mit diesen Buchstaben da oben zu vermeiden. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit haben Sie das schon so weit verinnerlicht, dass immer, wenn was in Klammern steht, man alle meint. Und man sollte sich nicht antut, dass man alle hinschreibt, sondern das symbolisiert man halt da durch diese Indizes da drinnen. Und es sind also diese A unten quer, also A unten I, die Co-Varianten-Komponenten und die A oben I, die Contra-Varianten-Komponenten. Und dass das da hier Contra ist, das ist ein Ausdruck dafür, dass diese beiden Matrizen zueinander invers sind. Dass sich also die Contra-Varianten eben entgegengesetzt transformieren im Vergleich zu den Co-Varianten-Komponenten. Das hatten wir, glaube ich, jetzt schon mehrfach genau besprochen. Ich möchte Sie ja auch nicht langweilen, aber das hier also so zusammenfassen, dass Sie sehen, was gemeint ist. Also in der Spalte steht drinnen für unsere Zwecke genau genug, was man unter einem Tensor erster Stufe versteht. Wir haben hier aber nur Komponenten aufgeschrieben. Und Sie werden sehen, in weiterer Folge zeigt sich dann in der Tensorrechnung, dass es sehr praktisch ist, überhaupt so weit wie möglich alles nur in Komponenten aufzuschreiben. Weil Komponenten, das ist auch das, wovon letztlich alles lebt, damit man wirklich versteht, was das für ein Vektor ist, wohin der zeigt, wie lang der ist und so weiter. Man braucht nur seine Komponenten haben, dann weiß man alles. Natürlich steht im Hintergrund, dass sich das auf eine bestimmte Vektorbasis bezieht. Aber wenn man die einmal hat, dann ist alles klar und dann sind das eben die Komponenten. Und alle Ausdrücke, die sich da ergeben, lassen sich dann mit Hilfe von Komponenten darstellen. Also, so weit, wo es geht halt, werden wir hauptsächlich Komponentengleichungen aufschreiben. Sie sehen ja auch hier, da steht kein einziger Vektor drinnen. Nirgends ist ein Pfeil zu sehen. Da stehen Vektorkomponenten und Transformationsmatrizen. Sonst nichts. Aber natürlich im Hinterkopf steht, der Vektor A, der mit diesen Komponenten beschrieben wird, lässt sich dann darstellen, als A Pfeil, ist gleich A oben, I mal G unten I Pfeil. Aber das wissen wir und das genügt uns. Rechnen tun wir mit dem. Und weil also ein weiterer Erfolg ist, Sie werden es ja schon merken dann, immer mehr die Komponentengleichungen in den Vordergrund treten, bürgert sich dann auch die Redeweise ein, dass man sagt, A unten quer ist ein Kovarianter Tensor und auch oben quer ist ein Kontravarianter Tensor. Das ist nicht sauber, diese Formulierung. Es sind die Kontravariantenkomponenten des Vektors oder die Kovarianten. Aber das ist so mühsam zu sagen. Und dann bleibt man halt dabei, das so zu sagen, wenn man weiß, was gemeint ist, dann sind diese Schlampereien auch durchaus zulässig. Man muss nur wissen, dass man eine kleine Schlamperei macht. Aber wenn man das dann irgendwie registriert, dann ist es auch okay. Jedenfalls so macht man es heute in der Tensorrechnung im Allgemeinen. Also, damit wissen Sie jetzt, was ein Tensor erster Stufe ist. Und man kann also sagen, um dem Ganzen auch wirklich einen konkreten Hintergrund zu geben, die Komponenten eines Vektors bilden einen Tensor erster Stufe. Die Kovariantenkomponenten, das ist dann ein Kovariantetensor, und die Kontravarianten der Kontravarianten. Aber es ist immer derselbe Vektor. Aber es gibt auch Fälle, auch das werden wir dann sehen zum Teil, wo dann es auch so indizierte Größen gibt, die nicht unbedingt einem Vektor entsprechen müssen. Also beispielsweise lässt sich im dreidimensionalen Raum die Ebenengleichung darstellen in der Form ui x i ist gleich 0 u1 x1 plus u2 x2 plus u3 x3 ist 0, eine Ebene durch den Ursprung. Und da sind die x i natürlich die Komponenten des Ortsvektors, also Vektorkomponenten, aber die ui, das sind nur die Koeffizienten davor. u1, u2, u3 sind drei Koeffizienten in dieser Ebenengleichung. Aber die bilden auch einen Tensor. Und zwar ist das also ein Kovariant der Tensor und das ist ein Kontravariant der Tensor erster Stufe. Also es ist der Tensorbegriff schon ein bisschen allgemeiner als nur auf die Vektoren zugeschnitten. Aber jedenfalls im Bereich dessen, was wir hier so besprechen, steht beim Tensor erster Stufe immer ein Vektor im Hintergrund. Aber wenn man zum Beispiel davon ausgeht, Sie werden das ja bald kennenlernen, spätestens im Theoriezyklus, dass man die Relativitätsmechanik mit Hilfe der Tensorrechnung in Vierdimensionen darstellen kann, super elegant, unglaublich. Also das ist wirklich schön. Da treten dann Vierervektoren auf. Und die kann man sich nicht mehr so ohne weiteres als ein Pfeil vorstellen. Das ist nicht so unmittelbar anschaulich in diesem euklidischen Raum, den wir da kennen. Der vierdimensionale Raum, in dem sich die Relativitätsmechanik abspielt, ist kein vierdimensionaler euklidischer Raum, sondern das ist eben ein anderer vierdimensionaler Raum, der, wie heißt er denn noch? Helfen Sie mir. Nein. Minkowski-Raum. Jetzt ist mir gerade der Minkowski nicht eingefallen. Ich würde Sie ärgern, wenn er runterschaut, dass ich auf ihn vergessen habe. Also der Minkowski-Raum, der ist ähnlich gestaltet wie ein, jetzt fällt mir wieder bei anderen, es ist schrecklich, ein euklidischer Raum, so euklid, ein bisschen öfter, Minkowski, nicht so alt, sind die zwei, um die es jetzt geht. Und die vierdimensionale Geometrie, die man in der speziellen Relativitätstheorie verwendet, ist die Geometrie des Minkowski-Raums. Da hört es sich mit dieser einfachen Veranschaulichung sowieso auf. Aber es schadet nicht, wenn man das so im Hintergrund hat und dann weiß, naja, jetzt verallgemeinert man es halt und verliert damit diese unmittelbare Anschaulichkeit. Aber das Konzept und die Struktur bleibt erhalten. Und dann in weiterer Folge wird er auch gekrümmt. Dann wird es noch lustiger. Darüber werden wir dann im Sommersemester sprechen. Wie das ist, wenn man krummlinige Koordinaten einführt und dass man damit dann auch gekrümmte Mannigfaltigkeiten betrachten kann. Das hört sich so hochgestochen aus. Aber mit den kathesischen Koordinaten, die so geradlinig sind, mit denen kann man flache oder eben euklidische Räume darstellen. Aber zum Beispiel nur Ebenen natürlich. Aber keine Kugelflächen zum Beispiel. Wenn man die darstellen möchte, mit einem so einem Koordinatennetz, dann braucht man krummlinige Koordinaten. Und eine Kugelfläche ist halt keine Ebene. Die hat auch eine andere Metrik. Und siehe da, wir sind schon in einem gekrümmten Raum. Aber so einen zweidimensionalen gekrümmten Raum kann man sich ja noch gut vorstellen. Aber einen dreidimensionalen, der dann wieder gekrümmt ist, wohin krümmt er sich? Wir haben ja nur drei Dimensionen. Noch schrecklicher, wenn man da sogar einen vierdimensionalen Raum gekrümmt darstellt, wo der Minkowski-Raum ja schon gar kein normaler euklidischer Raum ist. Also ein paar Züge weiter geht das. Aber ich kann Ihnen versprechen, diese Struktur, der Formalismus, den Sie hier kennenlernen, der hat das alles aus und funktioniert nach wie vor einwandfrei. Das ist eben die wunderbare Sache. Deswegen ist es gut, wenn man sich frühzeitig damit auseinandersetzt, dann ist der Zugang zu diesen Dingen ganz einfach. Die Türen stehen schon offen, sozusagen. Okay. Dennoch will ich in dieser Vorlesung nicht konkret über Relativitätsmechanik sprechen. Das ist dann eine besonders wichtige Anwendung, aber nicht die einzige. Wenn wir schon dabei sind, diese gekrümmten Sachen verwendet man zum Beispiel auch in der Technik, um Autokarosserien auszurechnen und ihr Verhalten, ihr Elastisches zu bestimmen. Da legt man dann in diese Karosserie ein krummliniges Koordinatensystem hinein, hat eine entsprechende Metrik, die ist beim Scheinwerfer anders als am Dach oder so. Und auf die Art und Weise kann man diesen selben Formalismus in einer sehr anschaulichen Weise und auch sehr effizient für derartige Zwecke verwenden. Also das ist ein sehr vielseitiges Hilfsmittel, das wir da haben. In der Physik natürlich steht immer die spezielle und die allgemeine Relativitätsmechanik im Vordergrund, weil die Autos, das ist eine Schlosserei, damit beschäftigen sich die Physiker nicht so viel. Aber ohne Autos wäre es auch fad. Also es ist alles wichtig. Und daher will ich nur sagen, das ist sehr vielseitig und daher nützlich, sich damit auseinanderzusetzen. Und nachdem ich Ihnen jetzt so viel Motivation dazugegeben habe, können wir also gleich fortsetzen. Und Sie sehen also, wenn ich den Tänzer schon als Tänzer erster Stufe bezeichnet habe, dann schreit das natürlich dazu danach, dass es auch einen Tänzer zweiter Stufe geben muss. Nun, da fällt Ihnen ja sofort einer ein, wahrscheinlich. Haben wir ja schon immer so bezeichnet, obwohl ich mir dazu gesagt habe, ich habe Ihnen aber auch noch nicht erklärt, was das eigentlich ein Tänzer ist. Jetzt sind wir soweit. Nämlich der Metrik-Tänzer. Und den wollen wir zunächst einmal als Muster hernehmen. So wie beim Tänzer erster Stufe das Muster, die Vektoren sind, da kann man sich was vorstellen. Dort muss einen Vektor und dessen Komponenten bilden einen Tänzer erster Stufe. Das ist okay. Aber beim Tänzer zweiter Stufe ist es ein bisschen anders. So unmittelbar anschaulich ist der jetzt nicht mehr. Aber mein Gott, man muss sich im Laufe der Zeit in der Physik sowieso daran gewöhnen, so schrittweise die Anschaulichkeit zu verlassen. Und irgendwann, zunächst ist es spannend, nachher gewöhnt man sich daran, so ist es halt. Also der Metrik-Tensor. Und da wiederhole ich jetzt zum N plus ersten Mal, und N ist schon relativ groß, dass der Metrik-Tensor G I J einmal der Kovariante gleich ist, mit dem Skalarprodukt der Basisvektoren. G I Pfeil, Skalar, mit G J Pfeil. Jetzt haben wir da wieder Vektoren. Aber das ist nur der Zugang, dass wir dann zum tensorellen Verhalten kommen. Denn, wenn diese I J Komponente des Metrik-Tensors einfach das Skalarprodukt des I-Ten-Basisvektors mit dem J-Ten-Kovariante oder das Basisvektor ist, dann ist es jetzt natürlich auch leicht, sich auszurechnen, wie wird sich denn jetzt dieser Metrik-Tensor transformieren. Denn da muss dann natürlich auch das G I J quer gleich sein, G I Pfeil quer, Skalar mit G J Pfeil quer. Wenn wir also von der Vektorbasis der G I Pfeil zu den Vektorbasis, einer anderen Vektorbasis G I Pfeil quer übergehen, also so eine Transformation machen, braucht nicht nur eine Drehung sein, die können irgendwie ganz anders werden. können auch andere Längen kriegen und Richtungen und alles. Also wenn man diese Transformation durchführt, dann kann man jetzt natürlich weiterrechnen und kann sich ausrechnen, was kriegt man denn da. Denn wir hatten ja schon gesehen, damit haben wir ja angefangen bei dieser Transformiererei, wenn Sie sich erinnern, man transformiert zunächst einmal die Basisvektoren und schaut dann nach, was hat das jetzt für Konsequenzen für die Komponenten eines Vektors. Wobei der Vektor selbst ja von der Transformation an sich unverändert bleiben muss. Aber die Komponenten ändern, das haben wir alles schon besprochen. Also dementsprechend wollen wir hier einmal zunächst diese Transformation für diese Basisvektoren hier hinschreiben. Dieses G I Pfeil quer. Vielleicht ist es gescheiter, wenn ich das da jetzt als eine kleine Nebenrechnung lasse, wir machen das so. Das ist gleich noch weg und wollen jetzt da zwischendrin eine Nebenrechnung machen. Das G I Pfeil quer. Das ist, wie transformiert es sich also? Kovariante Größe. Daher unten das Quer bei der Transformationsmatrix. Wir erinnern Sie sich, wir sind ja draufgekommen, die Basisvektoren und die Komponenten transformieren sich gleichartig. Die Kovarianten-Basisvektoren sowie die Kovarianten-Komponenten. Die Kontravarianten-Basisvektoren wie die Kontravarianten-Komponenten. Daraus hat sich dann alles ergeben, das wissen Sie schon. Jetzt schreibe ich es aber für diese Basisvektoren noch einmal hin. die Kovarianten-Basisvektoren daher mit dem A unten quer, so wie da hier, die A unten quer für Kovariante Größen. Und da haben wir jetzt I L und dann haben wir G L Pfeil. Das sind die ursprünglichen ungequerten, untransformierten Basisvektoren, die transformierten. Und andererseits liegt da dazwischen drinnen eben diese Transformationsmatrix. Und jetzt machen wir den zweiten auch noch, obwohl das ja völlig gleichartig ist. Das G J Pfeil ist daher A unten quer J M G M Pfeil. Einfach andere Indizes, damit das nicht alles gleich ist. Aber wenn man sich das in der Langform aufschreibt, steht beide Male dasselbe dort. Nicht? Weil wir summieren über L beziehungsweise M und I oder J läuft von 1 bis zur Dimensionszahl. Und damit jetzt können wir von dieser Gleichung fortsetzen. Die wollen wir jetzt weiter betrachten. Und kriegen also G I J quer ist gleich. Und jetzt setzen wir das ein. das G I Pfeil quer und das G J Pfeil quer. Das G I Pfeil geht da her, das G geht da her. Also haben wir A unten quer I L mal G L Pfeil. Und dann mal A unten quer J M J M muss aufpassen, ja. J M G N Pfeil. Jetzt kommt uns wieder zugute, dass wir bei der Index-Schreibweise beliebig die Faktoren verändern können. Bei der Matrizen-Schreibweise geht das nicht. Aber da schon. Wenn man das so explizit her schreibt, über was da summiert wird. Also was bleibt da stehen? Ist also weiter gleich. A unten quer I L A unten quer J M. Das sehen wir noch vor. Und dann bleibt da stehen G L Pfeil Skalar mit G M Pfeil. Und jetzt schauen Sie, das da hier, das ist ja das G L M. Das Skalarprodukt der Basisvektoren hier. Und damit erhält man dass das G G I J quer gleich ist. Und jetzt schreiben wir es her. A unten quer I L A unten quer J M mal G L M. Und das ist jetzt genau identisch oder zumindest analog zu dem, was wir für diesen Tensor erster Stufe aufgeschrieben haben. Der Kovariante Index wird mit Hilfe dieser Transformationsmatrix transformiert. Der Kovariante Index wird mit der Transformationsmatrix transformiert. Und da gibt es einen zweiten, daher braucht man auch noch einmal diese Matrix. Da steht die Matrix also zweimal drinnen. Zwei Matrix-Elemente stehen da drinnen. Aber alles von derselben Matrix. Das sind jetzt nicht unterschiedliche Matrizen. Nur, sie wird zweimal angewendet. Für jeden Index einmal. Also Sie sehen völlig analog. Und wenn man jetzt das verallgemeinert, dann kann man jetzt gleich entsprechend definieren, was wir unter einem Tensor zweiter Stufe verstehen. Ich möchte da noch dazu sagen, hier ist also das analoge, dann für den Kontravarianten. Da müssen wir alles anfangen mit dem Kontravarianten-Metrik-Tensor. Geh oben I-Pfeil, mal geh oben J-Pfeil. Das können Sie sich vorstellen. oder selbst ausprobieren. Machen Sie sowas. Fingerübungen, so wie beim Klavierspielen der Czerni, Schule der Geläufigkeit. Sowas kann man da machen, dann kriegen Sie das in den Griff mit den Indizes. Also, analog ergibt sich da das G oben I-J-Quer. Also das Transformierte für den Kontravarianten-Metrik-Tensor. Da müssen Sie natürlich jetzt die entsprechenden Transformations-Matrizen für die Kontravarianten-Größen verwenden. Und nicht zu vergessen, die hängen eindeutigerweise miteinander zusammen. Sie sind nämlich invers. Also haben wir A oben quer und da haben wir jetzt I-L und dann haben wir also und noch einmal A oben quer J-M und dann haben wir wieder G oben L-M. Das ist das analoge Ergebnis, wenn man den Kontravarianten-Metrik-Tensor betrachtet. Und das führt jetzt dazu, dass wir den Tensor zweiter Stufe definieren. Also jetzt haben wir dort den Tensor erster Stufe gehabt. Jetzt definieren wir hier den Tensor zweiter Stufe und wieder das ist es eben wie wir das machen bei den Tensoren durch das Transformationsverhalten. Ein Tensor ist deshalb ein Tensor weil er ein bestimmtes Transformationsverhalten zeigt bei Transformation der Basisvektoren. Beim Tensor zweiter Stufe ist das entsprechend. Und ich sage wieder Fals gilt für eine Größe die durch Komponenten mit zwei Indizes beschrieben wird. Das ist jetzt kein Vektor mehr. Das ist was anderes. Und diese Größe als solche sind nicht gleichermaßen geometrisch anschaulich vorstellbar wie das beim Vektor war. Da steht vor unserem geistigen Auge ein Pfeil. So was gibt es also jetzt nicht beim Tensor zweiter Stufe. Das ist ein Pech. Aber macht ja nichts. Für die Komponenten Schreibweise ist es völlig wurscht. Da sind Komponenten und dort sind Komponenten. Und Sie werden natürlich jetzt dann gleich sagen na wozu soll man das überhaupt dann brauchen wir doch nicht. Aber ich werde Ihnen sofort dann gleich anschließend zeigen wofür man sowas verwenden kann. Also falls gilt und jetzt bezeichnen wir diesen Tensor mit T für Tensor Tensor falls also gilt T quer I j einmal für die Kovarianten Komponenten jetzt aber zwei Komponenten T quer I j ist gleich jetzt müssen wir natürlich weil das unten steht Kovariante Komponenten auch die Transformationsmatrix für die Kovarianten Größen eben betrachten sind ja Kovariant Variant entsprechend zu der Matrix I L A unten quer G M mal T L M und für die zugehörigen Kontravarianten Komponenten T oben I J transformiert jetzt müssen wir natürlich mit der zugehörigen Matrix mit oben quer die beiden sind invers zueinander also hat man die eine dann hat man auch die andere I L A oben quer J M mal T oben L M dann liegt dein Tensor zweiter Stufe vor und wieder die P unten I J und T oben I sind dessen Kovariante und Kontravariante Komponenten aber es sind nicht jetzt mehr Komponenten die bilden ja schon eine ganze Matrix von T1 1 T1 2 T1 3 bis T3 3 so ist es heute das sind die Komponenten eines Tensors zweiter Stufe und man nennt es daher dann auch wieder entsprechenden Kovarianten oder Kontravarianten Tensor und dann gibt es natürlich auch gemischte Komponenten weil wir können ja weiterhin hinauf und hinunter ziehen so wie wir das ja auch bisher kennengelernt haben also aus dem Beispiel des Metrik Tensors haben wir hier jetzt in Analogie und in Verallgemeinerung dieser Definition da drüben hier die Definition eines Tensors zweiter Stufe gewonnen und das geht jetzt für Tensoren beliebiger Stufe und was man dazu sagen kann ist einfach man definiert einen Tensor Peter Stufe der Art der beschrieben wird durch Komponenten die pfach indiziert sind pfach indizierte Komponenten also wenn sie dreifach indiziert sind dann kann man es ist auch noch wie ein Zahlwürfel vorstellen wenn sie mehr als drei Indizes haben fällt diese Vorstellung auch weg aber immer weniger Anschaulichkeit aber nichts desto trotz die Struktur bleibt immer erhalten also pfach indizierte Größe oder Komponenten wo jeder wie habe ich das so gescheit formuliert jeder untere oder obere obere wie ein Co bzw. Kontra Variante Vektor transformiert transformiert wird so wird ein Co oder Kontra Variante Vektor transformiert und da haben wir schon den Fall dass da jeder untere Index mit derselben Matrix wie ein Co Variante Vektor Index transformiert wird aber jeder kriegt seine Matrix und jeder obere wie ein Kontra Variante Vektor wie wir es dort haben also das ist jetzt wieder nur eine weitere Verallgemeinerung also jetzt haben wir eigentlich generell transformiert äh definiert was wir unter einem Tensor beliebiger Stufe verstehen geht alles über das Transformationsverhalten immer Co Variant oder dazu Kontra Variant das wissen Sie jetzt schon jetzt fällt natürlich noch der Tensor Null der Stufe das ist eine Größe mit Nullindizes also keinem Index na was ist eine Größe mit keinem Index das ist einfach eine skalare Größe wie die Massendichte oder die Temperatur oder so irgendwas das ist kein Vektor das ist einfach eine Zahl diese Zahlen die fügen sich in dieses ganze Konzept auch noch sehr gut hinein indem man einfach sagt ein Tensor Nullter Stufe ist einfach ein Skalar und dessen Transformationsverhalten ist es so dass dieser Skalar bei Transformationen einfach ungeändert bleibt invariant wenn an einer bestimmten Stelle eine gewisse Temperatur ist dann können Sie ruhig ein anderes Basisvektorsystem einführen an derselben Stelle bleibt die Temperatur was es ist also ein Skalar ist im Gegensatz zu diesen indizierten Komponenten eine invariante Größe also wir fügen da noch hinzu die Definition eines Tensors Nullter Stufe Stufe das bezeichnen wir als Skalar einfach eine Zahl und das Transformationsverhalten ist so Skalare sind invariant bei gegenüber Transformationen der Basisvektoren und dass das so ist ist ja auch sehr leicht verständlich weil ein Skalar braucht keine Basisvektoren nur ein Vektor dessen Richtung dessen Länge wird dadurch bestimmt dass man Komponenten dieses Vektors in Bezug auf die verschiedenen Basisvektoren benötigt dagegen ein Skalar ist nur eine Zahl der ist es egal der bezieht sich nicht unmittelbar auf die Basisvektoren daher bleibt sie auch was sie ist sie ist invariant eine invariante Größe naja und jetzt schreiben wir uns noch einmal zusammen was man also mit all diesen Dingen jetzt tun kann man kann also hier insbesondere so wie wir das ja bisher schon kennengelernt haben Rechenregeln anwenden ich wiederhole jetzt nur da haben wir hinauf und hinunter ziehen von Indizes und Austausch von Indizes also jetzt fügt sich das Puzzle schön langsam zusammen die Dinge die da alles im Laufe der Zeit uns untergekommen sind die kommen hier ganz einfach zusammen und daher weil man so hinauf und hinunterziehen können muss braucht man eben einen Aufzug für jeden Index also schreiben wir da zum Beispiel auf als Beispiel einen Tensor T I J K und den kann man jetzt darstellen als einen Tensor T L J K mal G L I mit diesem G L I zieht man das L hinauf und es wird ein I daher müssen Sie hier Aufzugsschächte vorsehen damit das arme L weiß wohin es kommt wenn es hinaufgezogen wird dass ihm da nicht schon ein anderer Index im Weg ist sozusagen diese Kollision muss vermieden werden also Aufzug für jeden Index und einen wichtigen Tensor haben wir ja jetzt praktisch ja schon seit längerem kennengelernt eben den Metrik Tensor sozusagen das Paradebeispiel und für uns also der Urtyp für einen Tensor zweiter Stufe und dieses hinauf und hinunterziehen das geht dann auch dabei wenn Sie also zum Beispiel ein G oben I J betrachten Tensor zweiter Stufe und Sie ziehen jetzt einen Index hinunter den zweiten zum Beispiel mal G unten J K dann bleibt Ihnen natürlich oben über nachdem dieser Index runtergezogen wird ein G oben I unten K aber aber gleichzeitig sehen Sie dass hier zwei Matrizen multipliziert werden weil wir summieren über den inneren Index das heißt diese Matrizen Multiplikation muss was für eine Matrix ergeben wenn Sie den Kovarianten mit dem Kontravarianten Metriktensor multiplizieren die Einheitsmatrix weil die beiden nämlich auch zueinander invers sind so wie diese zwei Matrizen diese zwei Transformationsmatrizen das ist aber jetzt was anders das ist jetzt innerhalb eines Basisvektors sind die invers daher muss das ein Delta I K sein und wir haben ja auch kennengelernt dass also die gemischten Metri die gemischten Komponenten des Metriktensers eben das Kronecker Delta sind also das fügt sich hier wunderschön zusammen dieses Kronecker Delta mit einem Index oben und einem unten das hat wirklich tensoriellen Charakter wenn Sie allerdings bei dem eben jetzt einen Index hinauf ziehen Delta I K hernehmen und mit G oben K L multiplizieren dann kann man den Index hinaufziehen und da käme dann heraus ein Delta I L weil das K hinaufgezogen wird das kann man so aber nicht sehen weil wenn man bei dem Index bei dem Tensor einen hinaufzieht macht man aus den gemischten Komponenten des Metriktensers die Kontravarianten das heißt das ist ein G oben I L ein Delta mit zwei Indizes auf einer Höhe ist eigentlich keine tensorielle Größe beachten Sie wir haben den Metriktensor nicht dass es sich durcheinander bringt es ist wichtig dass Sie das gut verstehen weil man ist das im Kern von dem Ganzen wir haben einen Metriktensor der hat entweder Kovariante Komponenten oder Kontravariante Komponenten oder gemischte Komponenten die gemischten sind immer die Einheitsmatrix wegen dieser Beziehung dass K und Kontravariante Metriktensor invers zueinander sind aber das ist nur eine Schreibweise um das anzudeuten wenn man dagegen bei dem eben einen Index hinaufzieht dann wird wieder der Metriktensor draus ein Delta oben IL in der Weise gibt es gar nicht in der Tensorrechnung sondern immer nur das Delta tritt so auf wenn ein Index oben und einer unten ist dennoch werden Sie häufig Situationen finden wo man beide Indizes oben oder unten hat vor allem unten das ist unter anderem dann der Fall wenn man sich bei irgendeiner speziellen Rechnung nur auf orthonormierte Basisvektoren beschränkt weil da ist es ja wurscht ob man Code oder Kontravariant betrachtet da gibt es ja keinen Unterschied weil da ja der Metriktensor schon die Einheitsmatrix ist und hinauf und hinunter ziehen höchstens auf Austausch von Indizes hinaus läuft also für den Fall der orthonormierten Vektor Basis fallen Co- und Kontravariante Komponenten zusammen und da genügt es alle Indizes unten zu schreiben weil die oben bringen nichts Neues aber im allgemeinen Fall der für uns jetzt schon die Richtschnur sein wird im weiteren natürlich immer ist das so nicht und da haben wir also nur diese Gemisch Höchsten Metriktensoren die man da als Chroniker Delta aufschreibt Ich gehe davon aus Halt das meine Brühen Ich gehe davon aus dass Sie fragen wenn Ihnen was unklar ist Ich möchte Sie nicht irgendwo auf der Strecke verlieren jetzt das wäre wirklich schade Dafür bemühe ich mich die Sache so zu machen dass Sie das kriegen Bitte Also die Frage war ob man das jetzt noch irgendwie aufschreiben kann Ja man kann es als Zahlenwürfel aufschreiben wenn Sie so wollen aber was man in der Praxis dann oft macht ist dass man sagt man betrachtet die Matrix der T1 je k die zweite Matrix der T2 je k und die dritte Matrix der T3 je k Man filetiert den Zahlenwürfel sozusagen und gibt die drei Matrizen nebeneinander hin dass man es schön auf einem Blatt und Papier aufschreiben kann der Computer macht es noch anders der stellt eine langmächtige Liste auf und hat alle untereinander für den ist das übersichtlich genug aber wir wollen das irgendwie ein bisschen strukturieren und daher macht man das halt so aber das ändert nichts an den Dingen das ist nur eine Frage wie man dann damit umgeht und wie man sich das am gescheitesten aufschreibt sozusagen wissen Sie was ich meine aber die unmittelbare Anschaulichkeit ich sage es noch einmal die wir bei den Vektoren ja als Ausgangspunkt genommen haben die geht natürlich schrittweise mit höheren Stufen der Tensoren verloren wirklich gut vorstellen kann man sich nur den Tensor Null der Stufe als Skalar irgendeine skalare Größe gibt es ja etliche in der Physik oder den Tensor erster Stufe als Vektor die zwei kann man sich wirklich gut vorstellen also daher noch einmal eben bleibt die Frage dann lassen wir es doch dabei wer braucht dann noch mehr na gut der Metrik-Tensor hat sich schon als sehr praktisch erwiesen weil den braucht man um zum Beispiel die Länge eines Vektors bestimmen zu können Sie erinnern sich doch das schreibe ich nur hin weil da oben gerade Platz ist um es noch einmal zu wiederholen die Länge eines Vektors haben wir doch so angegeben Betrag Abfeil ist gleich G-I-J A-I A-J und die Wurzel daraus also das Skalarprodukt des Vektors mit sich und daraus die Wurzel und da sieht man natürlich sofort dass man da diesen Index I herunterziehen kann und man kriegt dann die Länge von A ist dann einfach nur A unten je A oben je und schauen Sie das ist schon wieder nur mehr eine Komponentengleichung also alle die Dinge die uns letztlich interessieren bei den Größen kommen dann letztlich in Komponentengleichungen heraus man kann sich immer mehr daran gewinnen ich weise Sie gleich darauf hin dass Ihnen das dann auch bewusst wird wenn wir das also dann im Weiteren machen dass wir immer mehr zunehmend nur mit Komponentengleichungen es zu tun haben werden also der Metriktensor ich wiederhole es noch einmal kurz auf den ich jetzt mich bezogen habe ist also eine wirklich zentrale Größe sie beschreibt die Metrik des entsprechenden Raumes ein Metriktensor ist dafür zuständig was für ein Raum vorliegt und der Metriktensor ist im Innersten auch die Größe die in der allgemeinen Relativitätstheorie bestimmt wird aufgrund der Massen- und Energiedichte im Kosmos dort wo viele Massen sind also so Neutronensterne oder sogar schwarze Löcher wird die Krümmung des Raumes letztlich durch den Metriktensor bestimmt eine besonders starke und die einsteinischen Feldgleichungen sind eigentlich letztlich nur eine Beziehung aber schon relativ kompliziert zwischen dem Metriktensor dieser vierdimensionalen Mannigfaltigkeit einerseits und der Energie- und Massendichte andererseits das ist die Beziehung in Indizes eine Tensorbeziehung die die Basis der allgemeinen Relativitätstheorie ist also eine geniale Überlegung dass die Raumstruktur mit der Massen- Energiedichte zusammenhängt und das kann man halt mit einer derartigen mit einem derartigen Werkzeug besonders elegant darstellen und das ist dem Einstein klar gewesen das ist also seine große geniale Leistung das ganze das ganze System war schon vorhanden da waren uns die Mathematiker schon voraus sozusagen das geht auf Riemann zurück da heißt es auch nicht der Einstein'sche Raum sondern der Riemann'sche Raum der hat das wie ich schon mal erwähnt in seiner Habilitationsarbeit glaube ich 1860 oder sowas vorgestellt diese Riemann'sche Geometrie und der Gauss war damals auch hochbegeistert von dieser Idee der hat das noch erlebt der Riemann war glaube ich sein Schüler also da haben sie tolle Sachen angespielt und das ist also dann dem Einstein bewusst gewesen das ist das Werkzeug das ich brauche aber das dann so einzusetzen dass man dann wirklich das so rauskriegt dass auch das alles stimmt und dass die Voraussetzungen dann letztendlich auch zu richtigen Voraussagen führen für diese Periheldrehung des Merkens weiter das war natürlich dann der Hit damit war er ein Popstar sozusagen wie das herausgekommen ist muss man sich vorstellen da war gerade zufällig im nächsten Jahr war Sonnenfinsternis und alle Astronomen sind dort hingefahren das war noch dass es am Ozean wurde haben so ein Schiff hinfahren müssen und dann haben sie das beobachtet und wirklich hat sich das Licht so entlang der Sonnenoberfläche gekrümmt und der Stern ist ein bisschen woanders gewesen nur Winkelsekunden könnten wieder die Leute sagen wem interessiert das aber das waren genau die richtigen Winkelsekunden und damit ist dieses ganze Konzept der Raumkrümmung wirklich so greifbar geworden können Sie sich schon vorstellen dass das was tolles war und das geht alles nur mit dem Formalismus sonst können Sie das nicht anders darstellen also bleiben Sie am Ball so machen wir also jetzt im neunten Punkt Tensor allgebracht also wir sind noch weit weg von gekrümmten Räumen die kommen erst im nächsten Semester wir müssen uns erst noch ein bisschen solidere Basis schaffen auf der wir da stehen bevor wir uns dann weiter wagen können sozusagen jetzt müssen wir mit den Tensoren rechnen können so wie wir ja am Anfang eine Rechenregel für die Vektoren gehabt haben Addition Multiplikation mit einem Skalar Multiplikation zweier Vektoren und so weiter übrigens es geht uns immer noch das vektorielle Produkt ab das dauert aber nicht mehr lang die Tensoralgebra also die möchte ich jetzt noch ist ein bisschen trocken vorausschicken weil mit Hilfe dieser Tensoralgebra wird es Ihnen dann klar was man denn eigentlich mit so Tensoren höherer als erster Stufe in der Physik sinnvoll anfangen kann wenn wir diese Tensoralgebra jetzt einmal hinter uns gebracht haben dann kommt ein konkretes Beispiel aus der Elastizitätstheorie wo man also einen Tensor zweiter Stufe ganz dringend braucht es waren da letzten Endes die Physiker die diese Tensorechnung dann angestoßen haben aber schon relativ frühzeitig aber dann haben die Mathematiker das so weitergebaut dass dann letztlich wieder der Einstein gekommen musste und sich das von denen wieder auslernen musste dass er es dann für die allgemeine Relativitätstheorie wieder verwenden kann ganz interessant wir sind ganz gut in Kooperation die Physiker und die Mathematiker es ist schon eine Sache die einen sind ohne die anderen schwer vorstellbar Tensoralgebra also Addition nur für gleichartige Tensoren Also sie können nicht einen Tensor zweiter Stufe mit einem Tensor erster Stufe addieren wir können Äpfel und Birnen miteinander addieren das geht eben so nicht und daher also als Beispiel A I J K plus B I J A ist gleich C I J K da müssen alle Indizes immer oben beziehungsweise unten stehen und bleiben sie können nicht auf einmal einen Kovarianten Vektor und einen Kontravarianten Vektor addieren das täte sie schon beim Transformieren dann spießen weil der eine transformiert sie so und der andere anders das muss also gleichartig sein aber sie können jetzt zum Beispiel in der ganzen Gleichung wenn sie wollen mache ich jetzt nicht mit einem G oben K L multiplizieren und das K überall hinauf ziehen nur dann ist es überall oben das geht schon aber sie müssen eine derartige Beziehung haben mit gleichartigen Tensoren und gleichartiger Indexstellung damit sie sinnvoll eine derartige Addition durchführen können natürlich gibt es hier auch den Spezialfall weiteres Beispiel für Tensoren erster Stufe da haben wir zum Beispiel AI plus BI ist gleich CI nun das kennen sie das sind einfach die Komponenten dreier Vektoren die Entsprechung für die Vektorrechnung ist A Pfeil plus B Pfeil ist gleich C Pfeil die schreibe ich gleich da her A Pfeil plus B Pfeil ist gleich C Pfeil also die Addition zweier Vektoren ist da ein Spezialfall der Tensor Addition für Tensoren erster Stufe ich glaube das sieht man sofort also das ist die Addition gleichartiger dann gibt es das tensorielle Produkt beliebiger Tensoren Tensorelles Produkt beliebiger Tensoren da kann man jetzt irgendwelche miteinander multiplizieren also zum Beispiel immer Beispiele das müssen wir jetzt mathematisch natürlich genauer so und so viel oben und unten Indizes ich mache das mit Beispielen hoffe dass es aufgrund dieser Beispiele verständlich ist also als Beispiel nehme ich A oben I J B oben K unten L so multiplizieren und das entspricht dann einem Tensor das ist gleich C I J K L O Graus ein Tensor vierter Stufe ergibt sich in einem solchen Fall aber während Ihnen das jetzt vielleicht noch irgendwie irgendwie mysteriös oder gar entsetzlich vorkommt man wird dann sehr rasch locker damit nur mein Gott ein Index mehr wenn man mit den Indizes umgehen kann dann kann man auch mit mehr Indizes umgehen das ist man muss es einfach systematisch machen und das genau muss man schon sein aber das ist ja schon in der Mathematik aufgefallen dass man immer sehr pingelig sein muss sonst verliert man sofort den Boden unter den Füßen und das ist natürlich da auch auch der Fall. Also so ist das tensorielle Produkt und da gibt es natürlich wieder weitere einfache Beispiele für zwei Tensoren erster Stufe. Hat man dann zum Beispiel a unten je, b unten k ist gleich t je k. So multipliziert man zwei Vektoren tensoriell miteinander und erhält damit einen Tensor zweiter Stufe. Das ist in älteren Darstellungen, vielleicht fällt Ihnen einmal so ein Buch in die Hand, wird das auch als das dyadische Produkt zweier Tensoren erster Stufe bezeichnet. Aber mache ich es ja nichts daraus. Das ist nur eine etwas veraltete Sprechweise dafür, dass man halt das tensorielle Produkt zweier solcher Tensoren erster Stufe bildet. Und noch einfacher, wenn man das tensorielle Produkt eines Tensors nullter Stufe mal einen Tensor erster Stufe bildet, Lambda mal i a i, dann kommt da ein b i heraus. Und dem wieder entspricht die Ihnen schon bekannte Vektorgleichung. Lambda mal A-Pfeil ist gleich B-Pfeil. Produkt eines Vektors mit einem Skalar. Also dieses tensorielle Produkt speziell heruntergebrochen auf das tensorielle Produkt eines Tensors nullter Stufe mit einer Tensor erster Stufe ergibt wieder ein Tensor erster Stufe und das entspricht dieser Produktbildung für die Vektoren. Ja, natürlich. Das machen Sie für alle. Wenn Sie den dreidimensionalen Raum machen, dann haben Sie also 3 mal 3 ist 9 mal 3, 27 mal 3 ist 81 Gleichungen dastehen. Das ist relativ viel. Aber das ist ja das Schöne, das lässt sich als eine Gleichung darstellen. Nur wenn Sie es dann also in den konkreten Fall einer bestimmten Anwendung dann veranwenden wollen, kommt auf einmal eine riesige Masse von Gleichungen heraus. Das lässt sich da so schön fokussieren in so eine Gleichung. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Sonst, wenn Sie das alles indexweise durchixen müssen, wäre es ja alt. In früheren Publikationen, wo man sich dessen noch nicht so bedient hat, die sind fast unlesbar. Seitenweise Komponenten, Darstellungen und noch und noch Gleichungen verlieren Sie jeden Übersblick. Da sehen Sie es sofort. Das ist ja der große Vorteil. Also da hat sich in den letzten Jahrzehnten schon sehr viel getan, dass das also sehr übersichtlich gemacht werden kann. Dann gibt es eine besonders merkwürdige Vorgang in der Tensorrechnung. Was man sich als Mensch vielleicht, na Sie noch nicht, aber ich vielleicht schon wünschen würde, nämlich eine Verjüngung. Man kann einen Tensor auch verjüngern. Aber Sie wollten noch was. Wie schreibt man das dyadische Produkt aus, wenn man die Langschrift hier schreibt? Dieses dyadische Produkt dieser beiden Vektoren ist eine Matrix. Und in der Matrix steht drinnen A1-B1, A1-B2, A1-B3. A2-B1, A2-B2, A2-B3. A3-B1, A3-B2, A3-B3. Na, es sind zwei Komponenten. Diese Komponenten für sich sind immer Zahlen. Aber mit den Indizes gibt es halt mehr Zahlen, die dann zu dem dazugehören. Klar? Es ist immer nur, dass es die kurze Langschrift und wenn Sie es in Langschrift setzen wollen, gehen Sie alle Indizes durch, jeweils von 1 zur Dimensionszahl. Oder man summiert auf. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Das kommt eben jetzt. Verjüngung eines Tensors. Also, Tensoren können, was die Menschen nicht können sich verjüngern. Und auch das schreibe ich wieder am besten mit einem Beispiel auf. Das erläutert sofort, was gemeint ist. Sie können einen Tensor T, I, J, K betrachten. Tensor dritter Stufe. Und jetzt können Sie den verjüngern, indem man dann schreibt T, I, J, J zum Beispiel. Also, man summiert über zwei dieser Indizes. Und es bleibt dann über, nachdem über die wegsummiert wird, nur mehr eine einfach indizierte Größe. Und die können wir zum Beispiel AI nennen in dem Fall. Das heißt, A1 ist gleich T1 1 1 plus T1 2 2 plus T1 3 3. A2 ist T2 1 1 plus T2 2 2 plus T2 3 3. Und ebenso dann für A3. Und dadurch, dass man also bei zwei Indizes die Indizes gleichsetzt, macht man einen Vorgang, eine Prozedur, wobei die Stufe des Tensors um zwei erniedrigt wird. Von einem Tensor dritter Stufe auf einen Tensor erster Stufe. Er wird um zwei Stufen verjüngt. Das hat also nichts mit einem Lebensalter der Tensoren zu tun, sondern damit also die Stufe entsprechend verkleinert wird. Bei der Verjüngung wird jeweils die Stufe um die Zahl 2 verringert. Ganz genau. Sehr gut, dass Sie an das denken. Das wollte ich Ihnen gerade jetzt anschließend sagen. Also, wenn Sie zum Beispiel, weiteres Beispiel, den Tensor I je betrachten. Tensor zweiter Stufe, was man sich schön als eine Matrix darstellen kann. Und wenn Sie jetzt ein TI I betrachten, kommt ein Tensor Null der Stufe raus, weil 2 minus 2 ist 0. Das ist dann T1 1 plus T2 2 plus T3 3. Und das ist die Spur. Freut mich wirklich, dass Sie an das gedacht haben, weil genau das kam jetzt dran. Also die Spur, und das ist dann ein Skalar, ein Tensor Null der Stufe. Und da zeigt sich auch schon was Wichtiges. Die Spur eines Tensors zweiter Stufe ist ein Tensor Null der Stufe, ist also invariant. Sie können also zum Beispiel sehr einfach, so wie die 9er-Probe beim Multiplizieren und Dividieren. Ich weiß nicht, ob Sie das jemals kennenlernten. Lernt man jetzt heute noch die 9er-Probe? Wer kennt die 9er-Probe? Na wirklich? Mein Gott, na, was Ihnen verloren geht. Na, Sie brauchen es ja gar nicht mehr, weil jetzt gibt es ja die Computer und da stimmt ja immer alles. Aber solange man das noch nicht hatte, gab es die 9er-Probe. Sie kennen das auch nicht? Sie auch nicht? Sie werden doch in dem Ort... Na bitte, na bitte. Eine Generationensache, so wie der Rechenschieber, den kennt ja auch keiner mehr. Also wurscht. Jedenfalls, das ist so etwas, gerade bei der 9er-Probe, das hätte so gut gepasst. Wenn Sie einen Tenser zweiter Stufe haben und Sie wollen wissen, wenn Sie ihn transformieren, ob er jetzt richtig transformiert wurde, dann können Sie nachschauen, ob die Spur die gleiche geblieben ist. Sie addieren die drei Hauptdiagonalelemente zusammen und beim transformierten wieder. Und das muss dasselbe ergeben. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass der ganze Tenser richtig transformiert wurde. Aber umgekehrt, wenn die Spur nicht die gleiche bleibt, dann war es jedenfalls falsch. Also das ist kein hinreichend, aber notwendige Bedingung. Besser wie nix. Also die Spur als Skalar muss konstant bleiben, weil das eben ein Tenser Null der Stufe ist und das ergibt sich in dieser Weise. Und was anderes wollen wir jetzt auch noch besprechen. Und zwar machen wir da auch einen Strich dazwischen. Und weiterhin noch, jetzt haben wir die Verjüngung eines Tensors. Jetzt betrachten wir die Verjüngung eines tensoriellen Produktes, was wir alles machen. Tensoriellen Produktes. Also da ist das tensorelle Produkt, da ist die Verjüngung und das Verjüngung wäre ein tensorielles Produkt. Also sowas nennt man auch eine Überschiebung, sage ich Ihnen jetzt einmal dazu. Überschiebung. Und da ist wieder ein Beispiel. Da betrachten wir zum Beispiel das tensorelle Produkt AIEK, BLMN, AIEK, BLMN. Das ergibt einen Tensor sechster Stufe. Aber jetzt kann man zweimal verjüngern. Und damit kriegt man ein tensorielles Produkt, das lautet AIEK, BIEK, N. Jk, Jk. Über die beiden wird summiert. Und es bleiben daher nur mehr zwei freie Indizes, I und N. Es ergibt sich die Größe C, I, N. Also, wenn Sie da zum Beispiel eben diese Indizes jeweils dann gleichsetzen, dann haben Sie Ai, Jk mal B unten. Ah, falsch. Entschuldigung, ich habe dann mit denen gleichsetzen, mal B, J, K, N. Dann werden die ja wegsummiert und es bleiben nur die beiden. Sie sehen sofort die gebundenen Indizes, weil sie wegsummiert werden. Die freien Indizes, die überbleiben. C, I, N sind frei wählbar, daher freie Indizes. Während die über die summiert werden, die muss man ja wegsummieren. Damit sind sie aufsummiert. Summe 1 bis zur Dimensionszahl. Und da gibt es natürlich auch wieder ein besonders einfaches Beispiel. Beispiel für eine weitere, ein weiteres Beispiel für eine solche Verjüngung. A oben, I, B unten, I. Das haben wir dort oben. Ach, das war es noch der Betrag. A oben, I, B unten, I. Und das ist nichts anderes als, was kommt da heraus? Wer weiß es? A oben, I, B unten, I in Vektorschreibweise. Das Skalarprodukt, ganz richtig. Skalar mit B. Und das ist eben auch wirklich ein Skalar-Rammer. Da haben sie es ja wieder. Sie multiplizieren, sie summieren über die Indizes. In dem Fall bleibt gar keiner mehr über. Es wird aus dem ein Pensern 0 der Stufe, nämlich der Skalarprodukt. Und das hat eben die Eigenschaft, das haben wir jetzt so ähnlich wie bei der Spur vorher, der Skalarprodukt hat die Eigenschaft, dass es numerisch invariant bleibt. Die Arbeit bleibt die Arbeit. Egal in welchem Basisvektorsystem wir Sie betrachten. Das Beispiel hatten wir schon bei der schiefen Ebene. Man konnte die Basisvektoren transformieren, aber die Arbeit, Work, Kraft mal Wegverschiebungsstrecke, ist immer dasselbe. Aber Sie wollten was. Also, ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie hinaus wollen. Aber das Skalarprodukt, das wir betrachtet haben, ist das geometrisch betrachtet, wo man die Länge des einen Vektors multipliziert mit der Länge der Normalprojektion des zweiten auf den ersten. Das ist das Skalarprodukt, was wir betrachten. Und das kann man betrachten in einem allgemeinen Basisvektorsystem oder in einem autonomierten Basisvektorsystem. Wenn man es in einem allgemeinen Basisvektorsystem, das mache ich jetzt als kurzen Einschub da, betrachtet, dann haben wir A skalar mit B gleich G, I, J, A, I, B, J. Wenn wir das aber in einem orthonormierten Basisvektorsystem betrachten, dann wird dieser Metriktensor zur Einheitsmatrix und dann steht in dem Fall nur mehr drinnen, A skalar mit B ist A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3, weil alle anderen Komponenten dieses Metriktensors Null sind. Aber nur für orthonormierte Basisvektoren. Das hingegen ist ein Ausdruck, wo eine Kontravariante Komponente mit einer Kovariante multipliziert wird. Und das ergibt sich so, dass man hier mit dem G, I, J den Index I herunterzieht und man kriegt ein A unten, J, B oben, J. Dieser Ausdruck ist ganz allgemein, so wie er auch hier steht, während der Ausdruck, wo alle Indizes oben stehen, der gilt nur für orthonormierte Basisvektoren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das ein bisschen weiterhilft und ob das Ihre Frage betrifft, aber mehr fällt mir zu der Frage nicht ein. Was wollten Sie noch sagen? Ja, Sie können. Aber Sie können, es muss zumindest ein Tensor zweiter Stufe sein. Sonst haben Sie ja gar keine Zwei-Indizes, die Sie gleichsetzen können. Und wenn Sie einen Tensor zweiter Stufe haben, haben Sie auch noch keine Wahlmöglichkeit. Da können Sie nur die Zwei-Indizes gleichsetzen. Und das macht Ihnen dann die Spur. Das ist das, was wir da haben. Haben Sie aber einen höher als zweiter Stufe, dann können Sie es irgendwelches wahrnehmen. Und Sie können eben sogar, wie in dem Beispiel, sogar doppelt verjüngern. Dann kommen Sie von einem Tensor sechste über vierte auf zweite Stufe herunter. Also das ist etwas, was sich dann nach den Anwendungen richtet. Das macht man nicht, weil es so lustig ist, sondern das ergibt eben die Anwendungspraxis. Jetzt wissen Sie also, was die Verjüngung eines tensorälen Produktes ist? Das heißt eben auch, eine Überschiebung der beiden Tensoren. Man überschiebt sie in der Weise, dass man zwei Indizes, einen vom ersten Vektor und einen vom Tensor und einen vom zweiten Tensor, gleichsetzt. Damit verbandelt man die zwei sozusagen. Man überschiebt sie. Und eine spezielle Überschiebung, habe ich eben da gerade gezeigt, ist das Skalarprodukt. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt ist es so, dass es eine bestimmte Überschiebung gibt, die in der Physik häufig vorkommt. so, Und diese Überschiebung ist eine solche. Man betrachtet einen Tensor erster Stufe, einen Vektor, und der wird jetzt dargestellt als ein Tij mal Aj. Es wird ein Tensor zweiter Stufe mit einem Tensor erster Stufe überschoben, indem man den Index gleichsetzt. Ich brauche es nicht mehr hinschreiben, aber ich sage es Ihnen halt vor. Das heißt, B1 ist T11A1 plus T12A2 plus T13A3. Und B2 ist T21A1 plus T22A2 plus T23A3. Und B3 entsprechend für I gleich 3. Also was hat man damit? Wozu macht man so etwas? Diesen BI entspricht ein Vektor B-Pfeil. Und den AI ein Vektor A-Pfeil. Und diese Relation hier bedeutet, dass dem Vektor A-Pfeil zugeordnet wird. Ein anderer Vektor, ein Vektor B-Pfeil. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, na gut, das kennen wir ja. Zum Beispiel, ich meine nicht wegen, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Beschleunigung oder Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Da haben wir zwei Vektoren, die einander zugeordnet werden. Aber diese beiden Vektoren, Kraft und Beschleunigung oder Impuls und Geschwindigkeit, die sind immer parallel zueinander. Und es kommt aber auch vor in der Physik, wenn auch nicht so oft, zumindest nicht am Anfang, da geht man dem noch eher aus dem Weg, damit man die Tensorrechnung nicht braucht, kann es sein, dass eben zwei Vektoren einander zugeordnet sind, die nicht notwendigerweise parallel zueinander sind. Dann verwendet man diese Überschiebung. Und um also eine Zuordnung, wobei, schauen wir das noch her, B-Pfeil nicht notwendigerweise parallel zu A-Pfeil ist. Wenn man also einem Vektor A einen Vektor B zuordnen will, in eindeutiger Weise derart, dass dieser Vektor B nicht notwendigerweise parallel zu A ist, dann bleibt ihnen gar nichts anderes über, als einen derartigen Tensor zweiter Stufe dazu zu verwenden. Und das ist es, wo der erste Eingang der Tensorrechnung in die Physik stattgefunden hat. Daher haben die Physiker auch diese Tensoren eben eingeführt. Und ich werde die letzten paar Minuten der heutigen Vorlesung noch dazu verwenden, weil ich Ihnen ja schon gesagt habe, wir werden jetzt ein Beispiel aus der Physik aus der Physik verwenden, und zwar aus der Elastizitätstheorie. Wir betrachten einen elastischen Festkörper, also keine Flüssigkeit, sondern einen Festkörper mit einer vorgegebenen Form. Das unterscheidet ihn von einer Flüssigkeit, die keine vorgegebene Form hat, die zerfließt. Also einen elastischen Festkörper, der durch äußere Kräfte in einem Spannungszustand sich befindet. Er wird verspannt, wie auch immer. Er kann zusammengepresst oder geschert werden, halt verspannt. Und da wirken auf die Oberfläche dieses Festkörpers Kräfte und die führen dazu, dass sich dieser Körper verformt und dazu sind gewisse Kräfte notwendig. Der Körper steht unter Spannung. Unter einer äußeren Spannung. Und um diesen Zustand, diesen Spannungszustand in einer mathematisch übersichtlichen Form darstellen zu können, betrachten wir jetzt ein gewisses Teilvolumen des ganzen großen Körpers, der da unter Spannung steht. Und das ist natürlich umgeben vom Rest des Körpers und auch dieses Teilvolumen steht unter Spannung, weil das Umgebende es mitverformt und verzieht. In einer solchen Weise, dass jedes Oberflächenelement dieses Teilvolumens da hier, jedes Oberflächenelement unter einer gewissen, Einfluss einer gewissen Kraft steht, die ich jetzt DK-Pfeil nenne. Eine kleine Kraft, das Oberflächenelement selbst wird dargestellt durch einen Vektor DF-Pfeil. Dieser Flächenvektor ist so festgelegt, dass er senkrecht steht auf dieses kleine Oberflächenelement, dieses kleinen Volumens hier und dessen Länge ist gleich dem Flächeninhalt dieses Flächenelementes. Also das DK-Pfeil können wir schreiben als einen Spannungsvektor mal der Fläche dieses Flächenelementes. Und das DF-Pfeil können wir schreiben als einen normalen Einheitsvektor mal der Fläche DF, sodass der Betrag von DF-Pfeil gleich ist DF, dem Flächeninhalt dieses kleinen Flächenelementes. Und unter normalen Bedingungen, wie man sie von Flüssigkeiten kennt, wird die Druckkraft immer senkrecht auf dieses Flächenelement stehen. Das heißt, das DK-Pfeil wird immer parallel zu DF-Pfeil sein. Aber nicht so, wenn Sie einen Festkörper verformen. Denn den können Sie nicht nur so zusammendrücken, Sie können ihn auch verscheren, wie man sagt. Einen Würfel kann man so verziehen. Der ändert gar nicht sein Volumen, nur seine Form. Und dann treten Kräfte auf, die nicht senkrecht zu der Oberfläche stehen. Und das ist scheinbar das erste Mal in der Physik gewesen, dass man zwei derartige Vektoren, dieses DK-Pfeil und dieses DF-Pfeil miteinander in Beziehung setzen wollte. Und zwar mit Hilfe einer eindeutigen Beziehung, die auch, was das Transformationsverhalten betrifft, einwandfrei sein muss. Und das geht genau mit einer derartigen Beziehung. Man macht nämlich, ja, was denn? Der normalen Einheitsvektor und der Betrag von n dach ist also gleich 1. Verständlich? Damit ist dann sichergestellt, dass die Länge des Flächenvektors betragsmäßig gleich der zugehörigen Fläche ist. Weil der Betrag des normalen Einheitsvektors 1 ist. Ja. Also jetzt aber noch, jetzt muss ich Sie um zwei Minuten noch bitten. Nicht einmal mehr. Wir wollen also diese zwei Vektoren, den Flächenvektor und den zugehörig dort wirkenden Kraftvektor miteinander in Beziehung setzen. Und wir machen jetzt dazu einen Ansatz mit Hilfe der Tensorrechnung. In der Weise da hier. Indem wir schreiben, dass TKI ist gleich TIJ mal DFJ. Damit können wir dem Flächenvektor den zugehörigen Kraftvektor zuordnen. Womit diese Zuordnung gelingt, ist dieser Tensor zweiter Stufe. Jetzt verwechseln Sie das bitte nicht mit dem Transformationsverhalten. Da haben wir nämlich auch da einen Vektor rechts, einen Vektor links und dazwischen eine Transformationsmatrix. Aber das war ja dasselbe Vektor in zwei Basisvektorsystemen. Dagegen da reden wir ja nur von einem Basisvektorsystem. Wir transformieren gar nicht. Wir verwenden nur alles in einem System und im Weiteren werden wir dann ein Orthonormales verwenden. Diesen Tensor TIJ, damit man diesen Flächenvektor DF-Pfeil mit den Komponenten DF-Je den Kraftvektor D-K-Pfeil mit den Komponenten DKI zuordnen kann. Ja? Bitte. Weil ich verstehe es, ich kann ja das DF, der Vektor DF gibt mir ja eigentlich nur die Lage der Fläche und den Ort der Fläche an. Ich kann ja zwei Flächen haben, die dieselbe Lage haben und woanders sind und da könnte ich ja theoretisch verschiedene Kräfte haben. Naja, also wenn sie sich woanders befinden, dann müsste man genau genommen da dann auch das dort gültige Basisvektorsystem nehmen. Diese Situation ist ein bisschen, wenn man sich das so genau anschaut, komplizierter, weil dann müsste man diese Vektoren ortsabhängig gestalten. Aber für einfache Anwendungen braucht man das nicht im Detail durchzuführen. Und so machen wir es nur so, dass wir aufgrund der Größe und Richtung dieser Fläche die zugehörige Kraft bestimmen. Es wird vielleicht ein zweites entgegengesetztes Flächenelement geben, da zeigt aber auch der Flächenvektor in die Gegenrichtung. Also, dass man noch einmal wirklich denselben Flächenvektor kriegt, da muss man schon ein bisschen ein kompliziertes Volumselement betrachten. Wir betrachten den Flächenvektor immer nach außen gerichtet. Wenn Sie also das zweite gegenüberliegende Flächenelement betrachten, das auch die gleiche Größe und die gleiche Richtung hat, dann zeigt der Flächenvektor in die Gegenrichtung. Also, insoweit ist es in so einem Fall durchaus eindeutig. Aber lassen Sie mich noch zum Ende kommen. Einen Satz und dann sind Sie draußen. Diese Größe hier, diese nennt man den Spannungstensor. dessen Eigenschaften wir nächste Woche genauer besprechen werden. Aber für die, die in ein humanistisches Gymnasium gegangen sind, die wissen vielleicht, dass das Wort Spannen auf Lateinisch Tendere heißt. Und daher kommt der Begriff des Tensors. Das ist also sozusagen der Spannungsspanner, wenn Sie so wollen. Also, der Spannungstensor, das ist die Urform des Tensors in der Physik, weil man damit Spannungszustände in einem elastisch verformten Festkörper beschreiben kann. Also, jetzt wissen Sie erstens, was Tensoren sind und warum sie so heißen. Und nächste Woche werden wir dieses Beispiel noch an konkreten speziellen Fällen durchrechnen, sodass Sie sehen, wie man derartige Zusammenhänge auch wirklich physikalisch plausibel darstellen kann. Was die einzelnen Komponenten des Spannungstensors für eine physikalisch anschauliche Bedeutung haben. Fünf Minuten zu spät. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018